Heute ist ein guter Tag. Das Versprechen des Grundgesetzes, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, das erfüllt sich heute auch für gleichgeschlechtliche Paare. Auch sie können heiraten, wenn sie möchten, wie alle anderen auch. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für diese Menschen. Sie sind jetzt anerkannt in ihrer Verschiedenheit und das will ja unser Grundgesetz und unsere Verfassung. Und ich freue mich besonders, weil Baden-Württemberg mit anderen Ländern zusammen diesen Gesetzentwurf schon 2015 eingebracht hat in den Bundesrat und heute ist er positiv beschieden worden vom Bundestag. Und ich wünsche nun allen, die jetzt heiraten können, gute und glückliche Ehejahre. Bis zum nächsten Mal.